So, hallo, heute ist der zweite Mittwoch der Pralinenaktion und wir haben jetzt den letzten Mittwoch gesehen, wo wir diese Eierlikörpralinen machen und auch für die Leute, die ohne Alkohol was möchten, machen wir dann heute diese Erdbeer-Schokopralinen. Viel Spaß dabei! Also, für die Pralinen ohne Alkohol brauchen wir natürlich erstmal ein paar Hohlkörper. Ich habe jetzt die von Dekobag, wo ihr die findet, verlinke ich euch mal in der Infobox unten. Dann brauchen wir, Entschuldigung, weiße Schokolade, Sahne, etwas fruchtiges, ich möchte nicht Frucht haben. Deswegen benutze ich hier so Erdbeerfrucht, Erdbeer und Glucosesirup. Glucosesirup ist hier wichtig wegen der Haltbarkeit. Weil hier kein Alkohol drin ist, brauchen wir Glucosesirup. So, und als erstes kochen wir uns jetzt eine Ganache und bei der Sahne, deshalb habe ich meine Waage noch da, kommt auch noch etwas Glucosesirup rein. Das Rezept findet ihr dann, sobald mein Block fertig ist, schon mal ein Block. Einfach in die Sahne mit rein. So, das gebe ich jetzt gleich auf den Herd rüber. Kurz vorm Kochen hole ich es dann wieder. Und bei meiner Schokolade gebe ich schon mal die Frucht dazu. Also ihr könnt auch Fruchtpulver nehmen, Marmelade oder so. Ich habe jetzt von Mai Tortenblatt so, ja was ist das? Fruchtpüree. So. Und dann tue ich das kurz vorm Kochen bringen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Ich habe jetzt meine Frucht ja schon mit meiner Schokolade ein bisschen verrührt. Das ist jetzt hier meine Glucosesahnemischung. Die gebe ich jetzt einfach dazu. Verrühr das alles. Einen Moment kurz, ich muss kurz den Topf wieder wegstellen. Ich muss mein Kabel holen. So. Das ist jetzt einfach verrührt. Wie bei einer normalen Ganache. Was ich mir jetzt auch schon mal hingerichtet habe, ist ein Spritzbeutel. Und damit befülle ich jetzt meine Halbkugeln. Das Rezept hier ist jetzt, oder was ich auch hinschreibe, ist für 20 so Halbkugeln gedacht. Wenn ihr mehr oder weniger dann machen möchtet oder braucht, dann einfach hoch oder runter rechnen. Noch mal ein bisschen ganz Schokolade geschmolzen ist. Aber jetzt immer wieder mal rühren. Und so jetzt für circa 2-3 Minuten kurz besser stehen lassen. Damit es nicht mehr so arg heiß ist. So. Mein Stand jetzt 2 Minuten. Ist jetzt handwarm. Und jetzt gebe ich das in den Spritzbeutel einfach rein. Das ist jetzt schön handwarm. Jetzt gebe ich hier meine Firmchen. Ich tue die jetzt einfach damit befüllen. Jetzt habe ich dafür mal näher dran. Und am besten erstmal die kleine Spitze. Wenn ihr zu groß seid, ist die Form zu schnell voll. Und läuft leicht über. Ich mach mal kurz zur Seite. Bei mir ist jetzt wirklich so ein. Ich hoffe man. Ne. Das ist ein bisschen. Ich habe jetzt ein ganz kleines Loch. Und jetzt tun wir einfach die Hohlkörper damit befüllen. Du darfst einfach vorsichtig über eins gehen. Und nicht ganz bis zum Rand hoch. Weil ja noch der Deckel drauf muss. Okay. Mein Loch ist ein bisschen zu klein. Zu klein soll es auch nicht sein natürlich. So. Einfach auf das Loch. Gucken wir, dass es besser halten kann. Und so füllt ihr halt jetzt eure Firmchen. Menge ab. So viel ihr haben möchtet. Da sieht man sich jetzt hoffentlich. Da habe ich ein bisschen zu viel. Da werde ich noch Probleme haben mit dem Deckel drüber. Deine Frau von der Schicht. Der Schicht. Der Schicht. Der Schicht. Der Schicht. Die Schicht. Der Schicht. Ohneаться. Wunderschöne. Die Schicht. so wenn ihr noch was übrig habt könnt ihr gucken wo habt ihr vielleicht doch ein bisschen zu wenig bei dem hier da tue ich jetzt einfach den Rest ein bisschen rein wie gesagt soll ja nicht zu voll sein so wie der hier jetzt weil sonst geht einfach auch der Deckel nicht mehr drauf wenn ihr noch was übrig habt könnt ihr das auch vernaschen den hier und so sollte es jetzt für mindestens ja zwei Stunden vielleicht kühlen oder bei Raumtemperatur einfach draußen stehen lassen muss halt wirklich hart werden und sobald die dann gekühlt sind zeige ich euch wie ich die Deckel drauf mache und noch verzehren tue so ich habe jetzt meine Pralinen über Nacht trocknen gelassen jetzt habe ich mir auch schon etwas Vollmilchschokolade geschmolzen also temperieren geschmolzen jetzt tun wir die Deckel drauf machen da braucht ihr jetzt viel Schokolade natürlich nimm dir wieder einen Spritzbeutel und schneide die Ecke ab so circa jetzt werden einfach die Deckel drauf gefüllt so was daneben geht keine Angst kann man später noch weg machen so nebenher mit meinem handy dann drehen wir uns den spritzbeutel um dass nichts rausläuft und wackeln die form ein bisschen durch damit wir sehen wo wir noch was brauchen wie man jetzt sieht hier ist ja komplett zu hier ist aber noch ein großes loch drin da tun wir jetzt noch einfach nachfüllen ich sag danach das spielchen auch noch mal einfach eine runde durchschalten und so lassen wir die jetzt gerade wieder trocknen also ich habe jetzt heute eine spätschicht deswegen mache ich sie nach meiner spätschicht dann weiter und dann zeige ich euch wie ich die hier dekoriere meine kugeln sind jetzt ausgehärtet und gut verschlossen wie man sieht jetzt machen wir die deko ich habe mir hier schon mal so ein paar silberne sternchen genommen und mir auch schon etwas weiße schokolade geschmolzen damit machen wir jetzt die deko als erstes wird natürlich wieder ein kleines loch in die spritztüte geschnitten jetzt will ich einfach so drüber fahren dass so ein bisschen linien hat und ich habe jetzt hier extra ein ausgitter genommen nämlich einfach nur so drüber muss so natürlich jetzt überall oben so ein sternchen noch drauf setzen und das auf die schokolade ihr könnt natürlich auch mehr nehmen ich möchte halt jetzt nur eins deswegen nur eins und so sollten jetzt auch noch mal gut zwei stunden kühlen und dann könnt ihr sie noch schön verpacken könnt hinschreiben was welches sind wie ihr es gern möchtet oder einfach selber vernaschen und dann hoffe ich natürlich euch hat das video gefallen wenn ja lasst mir einen daumen nach oben da und das nächste video wird dann mit alkohol pralinen wieder sein ich habe das ein bisschen gemischt einmal mit alkohol dann wieder ohne dann noch mal mit und dann seid gespannt drauf und wir sehen uns bei diesem video wieder macht's gut ja so Untertitelung des ZDF, 2020